hallo und herzlich willkommen zu bauherr-mündeswerden.de die anlaufstelle für bauherren und die es werden mein name ist maxim winkler ich bin architekt und bauherr möchte dir dabei helfen bauherzwerden ja in der heutigen folge möchte ich mit euch ein paar gedanken teilen paar gedanken die aktuell sind die relevant sind für alle die sich jetzt überlegen zu bauen bauherr zu werden oder einfach sich informieren wollen also ist einfach für viele denke ich mal relevant und interessant weil wir haben einfach eine ganz besondere situation aktuell und diese situation da muss man einfach damit umgehen ja und man muss einfach wissen wo man gerade ist und wie es gerade ausschaut aber lass uns erst mal das anschauen wo wir vorher waren ja wir waren vorher bei sehr angenehmen zinsen ja das zinsniveau war sehr 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 rentabel sehr vorteilhaft für uns und wir haben da ja oder viele haben da einfach viel gebaut dadurch dass man das einfach diese diese kosten die wir hatten schön verteilen konnte auf die nächsten 30 35 jahre hat man sich da auch einiges leisten können so haben auch viele eben ihre grundstücke eingekauft für die regeln gekauft und so weiter und so fort bis dann jetzt der umbruch kam und die ständen zinsen angefangen haben zu steigen und diejenigen die ein grundstück beispielsweise schon gekauft oder reserviert hatten vielleicht auch noch nicht gekauft hatten und die möglichkeit hatten vom vertrag zurückzutreten weil die finanzierung noch nicht weil die finanzierung noch nicht aufgestellt war diejenigen sind von oder haben von ihm recht auch gebrauch gemacht und sind zurückgetreten und warum sie zurückgetreten ja weil die zinsen jetzt von auf vom niveau 1 1,5 prozent auf drei bis vier prozent zinsen gewandert sind und da kann man das natürlich verstehen weil wenn ich jetzt auf einmal doppelt oder dreifach so viel für die zinsen zahlen muss wie ich das davor hatte passt es vielleicht nicht mehr ins budget und genau das ist der punkt worüber wir jetzt heute sprechen oder wo ich meine gedanken einfach mal mit euch teilen wollte wie man damit umgehen kann und was für gedanken gänge es hierzu gibt um dem ganzen gerecht zu werden vielleicht auch ja also man muss einfach überlegen wie man wie man dem gegen spielen kann und dann sind einfach was ich gelernt habe sind einfach dass kreativität oder auch flexibilität oftmals der schlüssel ist um erfolg zu haben ja wenn man sich überlegt das standardhaus was ich so hatte das standard einfamilienhaus auf dem grundstück von 450 500 quadratmeter wo ich dann meinen 130 bis 150 quadratmeter wohnfläche haus hinstellen möchte mit keller und pv anlage auf dem dach und so weiter und so fort und der garage und so weiter muss ich jetzt vielleicht überlegen weil ich mir das nicht leisten kann ja oder auch nicht leisten will muss ich mir überlegen wie ich damit umgehen kann diejenigen die natürlich ihr bargeld und dann im kopfkissen haben die haben damit keine probleme aber die meisten von uns so 99 prozent von uns haben das eben nicht und sind einfach auf die finanzierung der bank angewiesen und dann muss man einfach kreativ werden und das meine ich genauso dass man sich dann einfach vielleicht ein paar grundsätzen stellen muss die man vorher ohne lang darüber nachzudenken einfach weggewischt hat und gesagt hat nein das kommt nicht in frage ich möchte so leben doppelpunkt ein familienhaus auf der grünen fläche und auf einmal muss man vielleicht sagen ja lasst uns doch mal die alternativen anschauen und was sind die alternativen also wir haben zu einem die einfachste möglichkeit ist es ein bestandshaus wieder auf vordermann zu bekommen also das ist die einfachste möglichkeit wieso weil ich da natürlich ein gewisse basis habe ich habe den rohbau in der regel ich habe ja natürlich auch dazu gehören das dach vielleicht kann ich den dachstuhl verwenden ja oder ich kann den dachstuhl mit dem dachstuhl arbeiten dass ich da nur gauben reinschneide beispielsweise oder ich kann da das so weit anpassen dass da die ja die vielleicht noch das eine oder andere fenster dazu kommt und so weiter und so fort also ich arbeite aber mit dem was vorhanden ist also ich muss nicht komplett am dachstuhl abbrechen damit ich dann ja was gutes habe es so ich habe ich habe halt eine gewisse basis und diese basis sollte solide sein und wenn ich hier von einer kernsanierung spreche ja dann ist es mir völlig egal was für ein fenster was was für fenster da verbaut sind mir ist es völlig egal was für elektroleitungen drin verbaut sind es ist völlig egal welche bodenbelege ich habe mir geht es darum dass die dass die wände dass das mauerwerk ja die außenwände die wände solide sind dass ich zum beispiel mit dem was ich vorhabe wenn ich jetzt irgendwelche wände abbrechen möchte weil oftmals die ganz ganz alten häuser ganz kleine räume hatten ja und dann muss man dem gucken okay ist es eine holzbalkendecke wie ist die statik davon wo wird die aufgelagert was brauche ich dafür für für stahlunterzüge und so weiter und so fort um das ganze halt ebenso zu machen dass ich mich da drin wohnt wohl fühle weil das problem am bauen im bestand ist einfach dass ich da gewisse zwänge habe ja die habe ich ja natürlich und damit muss man einfach umgehen und das ist genau der punkt was viele vielleicht vor eineinhalb zwei jahren ausgeschlossen haben kategorisch ist vielleicht eine überlegung wert zu sagen hey wir kaufen uns ein bestandshaus ja dafür müssen wir auch viel geld zahlen aber also es ist viele haben da eine falsche betrachtung habe ich gemerkt weil viele betrachten das so dass sie sagen ja ich zahle dann 300.000 euro für einen rohbau denn ich mir aber noch erstellen muss weil ich noch die alten fenster rausnehmen muss die bodenbelege rausnehmen muss den e-strich rausbrechen muss und so weiter und so fort nein das ist aber nicht ganz richtig gedacht denn ich habe in 300.000 euro die für das bestandshaus zahle habe ich ja bereits grund und boden inkludiert ja und der bodenrichtwert gibt uns an wie viel der grund und boden wert ist und dieser bodenrichtwert bestimmt dann im endeffekt den wert unseres grundstückes also den grund wo auf dem das haus steht ja das ist das hat auch einen wert so und dann ist da noch nebengebäude vielleicht dabei dann ist da das haus selbst dabei natürlich ja dafür zahle ich auch so natürlich dann brechen ein teil davon breche ab das gute ist oder das positive ist dass ich viele viele punkte von den abbrucharbeiten auch gut selbst erledigen kann ja um da eben auch wieder kosten einzusparen oder einsparen zu können kann man sich die überlegung machen was passiert wenn ich den abbruch in eigenregie machen ja das kostet zeit ja das kostet arbeit ja das kostet aufwand aber wir sind einfach in einer angenehmen oder nicht in einer angenehmen situation das wollte ich sagen ja wir sind einfach nicht in einer angenehmen situation wo wir uns auf zurücklegen können und sagen macht mal bitte ich zahle das die zinsen sind sowieso so niedrig sondern wir sind einfach in der situation wo man sagt okay dann mache ich das dann mache ich das jetzt ein monat lang neben meinem job an jedem wochenende und auch abends und habe da vielleicht noch mal zwei drei tage urlaub die ich mir nehme für besondere sachen und dann ziehe ich den abbruch durch weil den anderen urlaub muss ich mir einsparen aufsparen für die anderen sachen die ich am haus machen möchte ja aber das wäre auch eine gute möglichkeit so eine weitere möglichkeit ist hinzugehen und zu überlegen okay also was für ein haus möchte ich denn kaufen denn ich kann durch den hau denn durch den haus kauf kann ich mir einfach das so hinlegen wie ich das gerne hätte also da ist immer diese natürlich haben wir da eine kopplung zwischen kaufpreis und alter des hauses aber gleichzeitig bedeutet alter des hauses dass ich vielleicht einige sachen nicht machen werde die ich bei einem alten haus machen werden müsste ihr versteht was ich meine ja bedeutet wenn ich jetzt ein haus kauf das ist 15 jahre alt muss ich nicht so viel abbrechen und wegbrechen wahrscheinlich gar nichts ja ein 15 jahre altes haus hat eine hat einen guten dämmwert wir sprechen jetzt hier von von anfang der 2000er ja das hat einfach einen guten dämmwert das haus das haus hat ja eine elektro leitungen die alle in ordnung sind das haus hat ist ja also kann man schon davon ausgehen das hat eine netzwerk verdrahtung vielleicht sogar drin ja je nachdem beispielsweise bei dem haus von meinen eltern war das schon vor 20 jahren der fall da hat man die netzwerk verdrahtung schon drin gehabt und das sind einfach solche momente wo man sagen muss hey kaufe ich mir ein 15 jahres 15 jahre altes haus dann muss ich da gar nicht so viel machen aber dafür dass ich nicht so viel machen muss zahle ich natürlich auch drauf also das kostet dann nicht 300.000 sondern das kostet dann auf einmal 600.000 euro das haus so und da gilt es natürlich abzuwägen wo ich mich was wo ich mich bewege und es gibt gewisse typen von typen von häusern da lohnt es sich nicht dieses alter zu kaufen sondern kann man vielleicht auch ein bisschen älter gehen weil ich muss sowieso alles rausnehmen ja und ob ich mir jetzt ein haus aus den 70er kaufe ein haus aus den frühen 80ern also wenn ich jetzt beispielsweise abwägen müsste ich kaufe ich habe beispielsweise zwei angebote auf dem tisch das eine haus ist mit der 80er ja so bau ja 85 beispielsweise und das andere haus ist 60er ja 63 beispielsweise so haus aus den 80ern ist natürlich ein bisschen teurer weil das haus ist ja frischer wir haben einfach eine bessere ausstattung per se her und ja dann kann man sagen okay das eine haus kostet beispielsweise 400.000 das andere haus kostet 300.000 also das 60ern kostet 300.000 das andere 400.000 haben 100.000 euro unterschied wenn ich jetzt beide häuser habe die ähnlichen grund und boden haben in einer ähnlichen region sich befinden dann habe ich an mehr oder weniger gleichen bodenrichtwert also der unterschied ist jetzt nicht an der an einem an einem grundstück festzumachen sondern rein an dem haus festzulegen dann würde ich mich wenn die beide häuser gleichwertig sind von der raumaufteilung von dem was man vorhat von dem was man vielleicht anbauen möchte oder ausbauen möchte und so weiter und so fort ja also ich habe ähnliche voraussetzungen kein haus ist gleich aber ich habe beispielsweise auf bei beiden häusern kann ich durch einen kleinen anbau die wohnfläche so erweitern wie ich möchte oder vielleicht auch bei beiden häusern brauche ich keinen anbau und ich habe dann durch ein eine wand die ich entferne einfach den wohnraum denn ich gerne haben möchte also gleiche voraussetzung dann würde ich natürlich das haus aus den 60ern nehmen na warum weil ich mir da 100.000 euro im einkauf sparen kann und die und und ich sowieso ich sowieso bei dem haus aus den 80ern und bei dem haus aus den 60ern also bei beiden häusern überall den bodenbelag wegnehmen muss den e-strich wegnehmen muss die elektroleitung wegnehmen muss ich muss die wasser abwasser leitung erneuern und so weiter und so fort also das heißt die grundarbeit ist überall gleich nur habe ich bei dem einen haus und höheren einstiegswert als bei dem anderen weil das einfach bisschen bisschen jünger ist jetzt muss ich mir aber so überlegen ich sobald ich das haus anfasse und sobald ich das haus dann bearbeite dann habe ich einfach ich schaffe einen neubau wert ja und dieser neubau wert ist dann stand 2023 2024 je nachdem wann ich fertig werde das ist dann das neue fiktive baujahr von diesem haus weil ich das kern saniert habe und diese kern sanierung bringt natürlich auch was für die finanzierung also für den für den werterhalt oder für den wert des hauses weil ich damit auch wertsteigende maßnahmen habe und ich das fiktive baujahr jetzt auf neu setze und für die bank ist es natürlich auch interessant und relevant weil die bank sagt sich dann okay was machst du denn an dem haus wenn du sagst ja ich habe vor insgesamt beispielsweise ein also ich habe ein budget und das budget liegt bei wir haben wir waren jetzt beim beispiel 300.000 400.000 und jetzt habe ich ein budget von von 550.000 euro beispielsweise das budget was ich jetzt für das gesamt als gesamt aufwenden möchte so und dann habe ich einfach bei 550.000 euro habe ich bei dem einen 150.000 euro für die sanierung und bei dem anderen 250.000 euro für die sanierung und das ist natürlich ein unterschied ja ob ich jetzt reine sozusagen kosten für einen für die erschaffung eines neubaus im endeffekt 150 oder 250.000 euro ausgeht ja so muss man das betrachten für die bank ist natürlich auch eine positive betrachtung weil würde jetzt bedeuten wenn ich es aus 80ern nehmen würde hätte ich gar nicht die möglichkeit eine kern sanierung zu machen weil mir fehlen noch mal 100.000 euro um das ganze so zu machen dass es passt ja und genau das sind diese gedankengänge die man sich da auf die man jetzt als ich einlassen muss man muss einfach prüfen in welchem baujahr befindet sich das haus in welchem zustand befindet sich das haus und vielleicht und das wäre auch ein tipp das das sage ich immer wieder beauftragt einen architekten schaut dass ihr mit einem architekten bereits auf die besichtigung geht ja er hat einen schundensatz von 100 150 euro je nachdem ja plus anfahrts kosten ja man muss den architekten dafür bezahlen aber glaubt mir wenn ihr diese 500 euro bei der besichtigung macht bezahlt also 500 euro ist schon viel sage ich jetzt mal ja aber wenn ihr 300 bis 500 euro für eine besichtigung zahlt die der architekt für euch macht habt ihr zumindest ein deutlich besseres gefühl für das haus für eure ideen und habe gleich eine gleich ein feedback und eine meinung ob das funktioniert oder nicht und wenn es nicht funktioniert und wenn da irgendwelche probleme gibt und wenn da irgendwelche fragezeichen gibt was man überprüfen müsste damit funktioniert dann wisst ihr das und dann habt ihr das zumindest an der hand ja und gerade bei holzbalkendecken muss man einfach gucken wie man das wie man da hin bekommen wenn man das so hinbekommt dass es eben hinten rum wieder passt deswegen ja scheut euch nicht nehmt euch da einen architekten an die hand dem ihr vertraut der auch vielleicht die zeit für euch sich nimmt ja das ist ja auch immer so ein thema aber fragt er gerne mal an gerne wenn ich hier im regio wenn ich hier in der region um bruchsal oder karlsruhe seid gerne auch bei bauhoch drei bei uns anfragen ja einfach mal googeln bauhoch drei und da ja uns uns einfach kontaktieren wenn wir zeit haben kommen wir da gerne mit es muss nicht die erstbesichtigung sein also es muss nicht so sein wo er hingeht und dann habt ihr schon die kosten für den architekten für die besichtigung sondern das ist eher der fall so dass ihr zunächst mal eine besichtigung habt euch das haus anschaut euch mal ein paar gedanken dazu macht ein paar ideen dazu habt und so weiter und so fort also euch damit schon bereits auseinandergesetzt habt das hat am besten impact und wenn ihr dann eine zweitbesichtigung habt was bei 95 prozent gar kein problem ist eine zweitbesichtigung zu haben mit einem experten mit dem man noch mal durch geht durch das ganze dann ist das natürlich ein riesen vorteil für euch und das zeigt natürlich dem dem verkäufer okay der hat auch berechtigtes interesse ja der sollte damit rein und wenn er dann bei der zweitbesichtigung mit dem mächtigen reingeht und ihm das ganze aufzeigt und eure ideen dann hat er noch mal seine ideen die er noch mal mit reinbringen kann und auf einmal habt ihr ein dialog zu dem haus und ich sage immer wieder ich sage immer wieder die architektur entsteht am besten in einem dialog und einem dialog wenn beide darüber sprechen beide ihre ideen mit reinbringen beide ihre gedanken dazu äußern einfach laut sprechen laut denken merkt man dass dann sich was entwickelt und dann kommt man von einlösung zu der anderen und dann zu der finalen und sagt ja genau das ist es so machen wir das ja und das habe ich schon so oft erlebt nicht nur bei besichtigung auch bei planungen auch bei besprechungen und planungsbesprechungen und so weiter wo man dann wo wir wenn wir uns dann hinsetzen und mit bauherren die planung durchgehen und die varianten durchgehen und dann auf einmal merken im dialog ja so wäre das ja noch besser ja aber man hat dann das direkte feedback von dem bauherrn als architekt und der der bauherr hat man das direkte feedback vom architekten und in diesem dialog entsteht so viel so viel und das ist deswegen ist es so wertvoll deswegen sprecht über die sprechen über eure gedanken und nicht zurückhaltend die gedanken egal wie crazy die sind egal wie ausgefallen die sind oder sein mögen es ist immer von vorteil darüber zu sprechen weil dann hat man auf einmal etwas worma worüber man sich unterhalten kann ja und auch jetzt spinne ich ein bisschen aber was ist passiert wenn wir das so und so machen und dann sagt andere ja so wie du es gesagt hast beispielsweise funktioniert nicht aber wenn wir das leicht abändern dann funktioniert wiederum das ist zwar nicht 100 prozent was du gerade gesagt hast aber 90 prozent wenn du diese 10 prozent verdienen kann ist zwar immer noch eine ausgefallene idee aber es ist machbar ja und und so kommt man einfach zu dem ergebnis ja also das war mal ein impuls zum andenken umdenken bauen im bestand wie kann man anders denken ja und ich glaube ich mache dann noch mal eine weitere folge wo ich einfach über die gedanken welt der ja auch anderen ansätze mal sprechen möchte was haltet ihr davon schreibt mir das gern in den kommentaren oder in als e mail info at bauherr-werden.de ich freue mich darauf schaut auch gern bei instagram vorbei bauer unterstrich werden ansonsten freue ich mich auf euch auf euer feedback und wir hören uns und irgendwann dran denken um bauherr zu werden schau rein bei bauherr-minus ein ciao dein max